So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Super Smash Bros. Brawl. Äh, und wir machen weiter hier an der Forschungsstation. Zero Suit Samus. So. Das war's da. So, und, ich hab mir ein bisschen was geändert, wenn wir ihn ja wieder zurück machen, dann muss ich es eigentlich ganz davor. Okay. Gleich. So. So, ich muss jetzt ein bisschen leiser sein als vorhin, aber, boah. So, ich schau. Okay. 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 So, jetzt noch mal. doch danke so Das ist ein Sticker-Fall. Oh, ist das nicht sozial. So, hoch. Haben wir schon? Ja. Moment, da kann ich nicht eigentlich auch... Blö. Hä? Ist hier nicht ein Robb untergefallen? Okay, wenn nicht. Geht so weiter? Ne, da ist doch nur... ...Stark-Tor. Ich möchte nicht raten, von welchem Pokémon man hier sowieso befalsch... ...sagen. So, erstmal nach links. Ach, nein. Robb. Heiser, der ein Sticker der West. Ist das nicht halt? So. Alter, der lässt den Sticker-Fall den sowieso nicht mehr zu... ...äh... ...so. Pikachu. Ja! 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 So, wie ich ja mal gesagt habe, immer mit neuen Charakteren spielen. Also zocken wir jetzt mit Pikachu. Doch, einfach nur weil ich's kann. So. Okay, erstmal voll... ...nö. Okay, erstmal... ...1... ...2... ...1,2... ...ok... ...B... ...rechts B... ...links B... ...hoch B... ...ok... ...wird schon irgendwie funktionieren. ...warte. Naja, wird schon irgendwie funktionieren. Wenn nicht, äh, ist auch egal. Toll, dass das der letzte Rob hinterlässt, ey. Äh... Da bekomme ich das nochmal mit, äh... ...wird das denn... ...wird das denn... ...so... ...nein, nein, 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 nein... ...ok... ...weird schon... ...nein, nein. Ne... ...nein... ...aach doch... ich hatte keiner doch das kann zu spät das war sagt ob gott ich hatte ich jetzt schon okay die weise von pika achten Das ist ein Hornschissen. So. Gib her. Das ist hier. Ah gut. Zäh, du. Ah klar. So. Ich mag das voll. So. Und. Hier. Äh, hier will ich noch nicht hin. Oh Gott, der will nicht schießen, ey. Äh. Äh. Kack. Rund. Äh, Rob. Äh, Rob. Äh. So. Ich muss hier runter. Klar. Ich verstehe, was man hier, ah, ich bin so jetzt zurück. Danke. Oh Gott, der. So. Okay. Äh, aber okay, jetzt kann man hier. Okay, okay, verstehe. Verstehe, komm, ein Glasrack ins Maul, ey. Ich krieg doch los im Maul, ey. Ich hab nie mal nach rechts gedrückt. Stopp. Stopp. Was sagst du jetzt, ey? Geh hoch. Ja. Hier mit nach von den Armen, oder? Was ist das? Geh hoch. Control-Stick. Analog-Stick. Keine Ahnung. Äh. Spin. Oh nein. Katcho, du wirst überleben. Nein. Das war Rob 80 bereits. Äh. Ähm. Wo bin ich hier? Warum überlebt ich eigentlich noch? Ich hab keine Ahnung, aber ich bin nur. oh Gott was soll ich denn ich will hier rechts ich will eigentlich wieder den normalen Weg geh nochmal kurz komplett zurück und geh in den eigentlichen Weg also in der eigentlich wollte der nur gehen nur mal so zur Absicht so was will das Spiel aha nein naja war doof so okay gehen wir aber durch diese Tür wo der Rock und tremmt hat na guck mal was hier ist okay ich geh hier lang ich hab kein Bock ah guck mal das ist doch ah guck mal das ist doch ah guck mal das ist nach unten B okay das war so ein bisschen Spice okay okay ah weg 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 So, sollte ich hier? Das wird ja doch zu einem späteren Zeitpunkt der ist hin, also jetzt zu diesem Zeitpunkt Nee, war es gar nicht Das war hier links Denke ich einfach mal Machen wir einfach mal Naja, kann ja nicht eine Zillshow sein Oh Gott, ich kann die Scheißbelle kommen noch, ey Okay, ich hoffe es nicht Und jetzt Die Scheißbelle kloren sich Nee, wir Viecher kommen ja komplett dran Eine Frage, wie lange ich beide geschissen habe? Okay, es kommt wieder ein neuer So, 326 Prozent, ey Okay, wer so der Fett-Best? Das hier war so der Riesen-Fett-Arsch Der doppelte Form auftaucht Oh Gott So Oh Gott, oh Gott Ist das ein Scheiß Nein Diese Teile hasse ich Die Teile Oh Gott